Aber der Fall Jützel stinkt nach Nachrichtendienst, Entschuldigung, und andere Fälle leider auch. Und das ist eine Kampfzone, eine zivile Kampfzone, die wir da betrachten. Da werden Leute angesetzt auf den Staat unter dem Deckmantel des Journalismus und dann muss der Staat, der unter Putsch und Morddrohung steht. Es geht um die Ermordung von Erdogan. Ich bin mir sicher, 100 Prozent, da werde ich meinen Kopf dafür verwenden, dass wir bei der CIA in den Schubladen Mordpläne für Erdogan haben. Garantiert. Und das als NATO-Partner. Und diese Art Dinge sind so ernst, dass man eben einfach sich zurückziehen muss und muss mal schauen, wo bekommt denn Erdogan? Was probiert der denn? Der probiert mehr Unabhängigkeit von Washington. Der probiert ein gutes Verhandeln mit beiden Seiten. Der redet mit Russland, der redet mit Iran, der redet auch mit China. Wo bekommt der denn für seinen guten, insgesamt friedensfördernden Kurs? Irgendwelche Unterstützung von uns. Was Erdogan macht, ist tiefstes deutsches und europäisches Interesse. Wenn wir nicht lernen, mit Russland zu reden, wenn wir nicht lernen, uns mit China und dieser ganzen Gegenkraft gegen die Unipolarität dieses Globus gut zusammenzutun, flexibel. Es geht nicht um Anti-Amerikanismus. Der ist dumm und falsch nebenbei gesagt. Und ich bin dagegen. Sondern es geht darum, dass man die eine verbliebene Supermacht daran hindert, sich aufzuführen wie die Wildsau im Betrieb. Entschuldigung bei der Wildsau. Das sind ganz nette Tiere. Das ist wichtig. Und da leistet Erdogan bahnbrechendes, historisch bahnbrechendes. Wir sehen das nicht. Wir würdigen das nicht. Wir machen dem Mann auch noch Schwierigkeiten. Dabei werden wir Deutschen, wenn wir uns je verbessern wollten, wenn wir je von dieser Art korrupter Politik von Frau Merkel lösen wollten, müssten wir den gleichen Weg gehen wie er. Und deswegen sage ich, dann lass uns doch heute schon zusammentun. Dann lass uns doch heute eine Freundschaft beschließen und leben mit dem Erdogan und mit den Türken. Die Türken wollen nichts anderes als wir. Die wollen ihre Ruhe haben. Die wollen nicht zerlegt werden. Die wollen nicht Washington gehorchen und in irgendwelche beschissenen Kriege hineingezogen werden, die ihnen nicht nützen können und die den Nachbarn auch nicht nützen. Das ist die ganze einfache Lage. Und sie wollen natürlich nicht, wie das heute passiert, wirtschaftlich und finanziell gemobbt werden. Türkische Währung ist unter Druck, türkische Währung unter Druck. Wir haben praktisch boykottähnliche Anstrengungen. So sieht das aus. Der kämpft. Wir Deutschen gehören an seine Seite.